Jake! Willkommen im Knast! Officer! Run! Und der andere Officer! Was ist los? Jungs, beruhigt euch! Hey ihr Lieben! Abonniert unseren Kanal! Run! Gib mir die Schlüssel! Sorry! Officer Sarah! Ja Chef? Das sind streng geheime Materialien! Versteck den Koffer! Ja Chef! Der passt nicht rein! Mal sehen, was da drin ist! Was? Ein Zimpel-Dimpel? Was ist daran so geheim? Oh! Lichter! Was ist das? Wow! Ich werde nachschauen, wie es funktioniert! Der Apfel ist wieder wie neu! Und ich kann die Zeit zurückdrehen! Vielleicht kann ich die Wand entfernen! Ich versuche es noch mal! Nee! Es klappt nicht! Aber ich habe es geschafft, Jake in seine Kindheit zurückzubringen! Wer weint denn da? Ruhig! Beruhig dich! Sieh mal! Ein Zimpel-Dimpel! Jake? Was wird das hier? Eine neue Superkraft! Ich will sie haben! Was kann ich jetzt tun? Hey, Löffel! Lass mich in Ruhe! Und was will diese Schüsse von mir? Ein Becher küsst mich! Zellenschlüssel! Komm zu mir! Ja! Autsch! Die Gitterstäbe mögen mich ja auch! Der magnetische Ron wird jetzt nicht mehr weglaufen können! Ich drücke ihn noch mal! Au! Meine Superkraft! Was kann ich jetzt tun? Nichts! Wow! Ich blinze und schon ist alles weg! Hey, Ron! Sieh mal, was ich kann! Ups! Sorry! Das wollte ich nicht! Hey! Wo ist Ron? Jake! Warst du das? Ich darf nicht blinzeln! Ich muss dagegen ankämpfen! Cool! Jetzt bin ich super stark! Ich werde es an diesem Sandsack testen! Wow! Wahnsinn! Wo ist der Boxsack? Au! Was ist hier los? Mein Job ist so stressig! Was ist los, Ron? Welche Superkraft ist es diesmal? Ich weiß es nicht! Ich schätze, ich habe keine! Hey! Du siehst aus wie ich! Schau in den Spiegel! Wow! Ich kann mich in jeden verwandeln! Sogar in den Officer! Wo kann ich hier rauskommen? Mal sehen! Ups! Ron hat sich in ein Puppet verwandelt! Noch ein Puppet? Ich habe schon eins! Hier, Jake! Du kannst damit spielen! Oh, sorry! Warum? Der magische Simpel-Dimpel ist wieder aktiv! Mal sehen, welche Superkraft ich habe! Hm? 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 Es passiert nichts! Nee! Wow! Ich kann mich teleportieren! Es ist Zeit! Schon wieder Haferflocken? Run! Das kannst du besser! Ein Sandwich? Lecker! Ich versuch's nochmal! Ich will was anderes essen! Ich liebe Snacks! Stimmt! Ich kann aus dem Gefängnis ausbrechen! Hey! Ich bin immer noch ein bisschen! Haha! Mhm! Wow! Es ist Zeit auszubrechen! Oh! Hat dich an mir fest! Schon wieder? Irgendwas stimmt nicht. Kumpel, geh zurück in deine Zelle. Wow, wir haben einen neuen Officer. Officer Jennifer ist hier. Hier ist der streng geheime Koffer für die Mission. Viel Glück. Ich frage mich, was da drin ist. Ein Fimpel-Dimpel. Und das soll streng geheim sein? Oh ja, ich bin gespannt. Jetzt habe ich eine mega coole Superkraft. Hey, Ron. Zieh meinen Finger. Wow, ich habe meinen Zellennachbarn in einen Hund verwandelt. Ich nenne dich Mini-Ron. Und ich kümmere mich um dich. Träum süß, Mini-Ron. Oh, Mini-Ron ist wieder der normale Ron. Wach auf, Kumpel. Du bist kein Hund mehr. Geh in deine Zelle. Wahnsinn. Ich kann Feuer kontrollieren. Ich werde diese Gitterstäbe abfackeln. Ja, noch ein bisschen. Autsch. Die Kraft ist weg. Das ist eine Verbrennung dritten Grades. Ich brauche eine Abkühlung. Puh, das fühlt sich gut an. Was ist los mit dir? Es ist zu heiß. Ich will mich abkühlen. Ihhh. Ron, ich habe ein Geschenk für dich. Oh nein, ich habe die Schlüsse vergessen. Ein riesiger Simpel-Dimpel. Mal sehen, was ich jetzt für eine Superkraft bekomme. Los, wir probieren ihn aus. Was ist mit mir los? Bin ich ein feuriges Mädchen? Und ich bin ein eisiges Mädchen. Und auch ein kluves Mädchen. Ich bin frei. Ich gebe mein Simpel-Dimpel nicht her. Er gehört mir. Ups. Ich kann nicht mehr. Ron, du bist so cool. Jake, zieh dich an. Jungs, ihr seid so bezaubernd. Ich muss ein Foto machen. Wow, das ist Simpel-Dimpel-Power. Oh Kumpel, das sieht nach Riesenpickeln aus. Ich werde meine Kräfte überprüfen. Oh nein, die Simpel-Dimpel-Power will mich zerquetschen. Hilfe, ich habe Angst. Du feierst? Alles Gute, Ron. Ist das für mich? Danke. Mach deine Zelle sauber. Der Officer kommt. Wir kriegen gleich neue Superkräfte. Komm schon, beeil dich. Was wird es dieses Mal sein? Wir können nicht mithalten. Sie ist zu schnell. Könntest du einen Gang runterschalten? Ich kann nicht mehr. Ich will nur eine Superkraft. Mich ausruhen. Das reicht. Chef? Kumpel, es ist vorbei. Ja, endlich. Wir werden wieder normale Häftlinge sein. Hier ist der streng geheime Koffer. Ich habe nichts angefasst. Hier ist der neue Koffer. Okay, Chef. Ich werde mein Bestes tun. Mal sehen, was da drin ist. Ein Puppet? Was ist denn daran so geheim? Oh nein. Nicht schon wieder. Wie fandet ihr unsere Superkräfte im Knast? Schreibt uns, welche Superkraft ihr gerne hättet. Wir sind gespannt. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.